Schwiegermamas Asche, sie gibt Matthias Kraft im Dschungel Emotionaler Dschungeltalk von Matthias Mangiapane, 34. Seit zehn Tagen kämpft sich der Hut- oder Schrottstar durch die ekligen Gallenes bei Ich bin ein Starr holt mich hier raus. Dabei begleitet ihn stets sein bedeutungsvoller Kettenanhänger In diesen lässt der Strahlemann die Asche seiner verstorbenen Schwiegermutter nach ihrem Ableben pressen. Wie dieses wertvolle Schmuckstück dem Reality-Star im australischen Busch hilft, verriet er jetzt seinen Kampfkollegen. Bei einer geselligen Mittagsrunde am Lagerfeuer berichtete der Xommerhaus-Kandidat seinen Mitkampferen von dem schweren letzten Jahr, das hinter ihm liegt. Bis zu ihrem Tod im Dezember pflegte er seine an Demenz erkrankte Schwiegermama, die Mutter von seinem Lebensgefährten Robert Fela, 50. Nach einer Herzob-Anfang letzten Jahres sei sie als Pflegefall zu dem Paar nach Hause gekommen. Und standen ihr bis zum Schluss bei. Dieses Erlebnis habe den 34-Jährigen stärker gemacht und daran soll ihn auch im Busch sein Aschenanhänger erinnern. Wenn ich hier ein Tief habe und die Kette in der Hand habe und den Anhänger fest anfasse, gibt mir das hier ganz viel Kraft. Und zeigt er hat echten Kampfgeist im. So kämpfte er sich erst an Tag 8 beispielsweise erfolgreich durch einen dreckigen Schweinestall. Kann Matthias mit seiner emotionalen Geschichte bei den Zuschauern punkten? Klar. Matthias zeigt damit auch endlich mal eine andere Seite von sich. Nein damit holt er sich bestimmt keine Extrapunkte bei den Zuschauern. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal.